Hallo und herzlich willkommen zurück bei It Takes Two mit Rebecca und mir und wir müssen jetzt noch ein Portal machen, das haben wir in der letzten Folge gemacht und das mit den Schirmen und dann geht's ab nach oben. Mit den Schirmen? Ja, hier. Schirme. Achso, ja. Und dann geht's ab nach oben, den Affen verprügeln. Hier müssen wir noch einen? Ja. Am Ende ist es gar kein Affe, den wir verprügeln müssen, sondern der hat sich irgendwie verkleidet oder irgendwas anderes. Das ist doch das Spielzeug von. Ja, ja. Oh, ja. Ähm. Ich kann da nix. Ja, es ist meine Tür hier. Äh. Und jetzt? Äh, du musst mich flippern. Du musst da den, den Insta zu ziehen. Haha, wir spielen jetzt Flipper. Genau. Warte mal. Äh. Wende ein- und ausschalten. Los. Ich muss irgendwie lenken, glaube ich. Na, und ich muss Wende ein- und ausschalten und dann loslassen. Kannst du mich auch bewegen? Ah, du kannst auch rechts-links bewegen. So, dass ich dazwischen so. Ja, genau. So starten, ja. Und jetzt keine Wende, oder? Genau, keine Wende. Einfach loslassen. Und loslassen, ja. Ah. Und dann muss ich bei dir jetzt gucken? Ah, ja, genau. Dann musst du bei mir gucken und dann immer Wende machen. Oh, das ist ja anstrengend. Das ist ja anstrengend. Okay. So. Jetzt habe ich... Ich gucke mal nicht bei dir. Ja. Einfach nach rechts gucken. Äh. Und dann mit dem linken Dings immer Wende ein- aus. Oh. Oh. Ich bin doof. Oh. Oh. Ich bin doof. Oh. Die. Is supposed to avoid the obstacles. I know me. I know. Not a D&D that looks. Krrrr. Hehehehe. Wie. Oh. Vielleicht die Mände. Ja. Und... Piu. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Aber das war auch nur eins von... Keine Ahnung. Wie kann ich creep again with Pinball I have ever played? We do what we have to do, Cody. Naja, jetzt muss ich hier wieder irgendwas... Was ist das denn? Na, jetzt muss ich hier... Das ist so eine Spiel-Dings. Guck mal, das sind so Dominosteine, oder? Hier ist ein Regenschirm bei mir. Ja, du musst jetzt von Regensturm zu Regensturm springen. Oh Gott. Wie soll das? Oder? Nee, Moment. Nee, das ist zu weit. Das funktioniert. Ich dachte, das darf von hier unten so aus, ob man das schaffen könnte, aber von deinem Verspektive, nee. Da muss ich, glaube ich, noch irgendwas machen. Hier, ne. Oh. Irgendeinen Regensturm geben, oder so? Ja, ich kann hier irgendwas machen. Ah. Du musst das dazwischen halten, oder? Ja, warte. Was ist denn drüber? Hier. Ach da. Uh, und jetzt rüber. Ja. Ja. Und wie komme ich jetzt raus? Ich muss nach vorne, glaube ich, einfach nur. Nee. Nee, A. Nee, A. Ah, nee, ich kann... Ah, ich kann abbrechen, einfach. Okay. Sehr gut. Ja. Okay. Ähm. Äh, ja. Kannst du hier was für mich machen? Keine Ahnung, ich spring grad erst mal hier hoch. Hallo. 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 Weil ich mir jetzt wieder so komisch aus. Kann ich das hier... Ah, nee. Das muss das irgendwie ausmachen. Ah, da oben ist ein Knopf bei dir. Ich kann nur wieder zurück? Ja. Kann ja jetzt... Ich kann ja jetzt hier nicht rauf springen. Oh, er hat mir gedacht... Ah! Ah doch, du musst zu mir. Ah, jetzt bin ich unten. Ne, du musst da nochmal hoch. Nochmal hoch? Ne, Moment. Du musst jetzt hier so links-rechts hoch. Ja. Hupala. Da nicht. Ah, jetzt bist du bei mir, okay. Ah, ja. Das ist hier so an der Seite halt lang, bei mir. Mhm. Und jetzt? Da so an der Seite, oder? Ah, ja. Bist du am Roboter halt. Mhm. Mensch, das war ja eine schnelle Schirmwelt. Das war ja eine schnelle Welt. Das war ja eine schnelle Welt. Da sehen wir das Floor. Ui, kommt noch ein Floor? Wie hat grad gesagt... Wie hat grad gesagt... Das ist... Das ist... Das ist für das Floor. Das ist? Das ist für das Floor, ja. English ist mein... English-Abi? Second, second, first language. Hä? How? How could you advance this class? I can see all the control room from your emails. Computer! Ready our defenses! Defenses? What does he mean? Defenses! Well, you know, some more lasers probably. We can handle it! Ich glaube nicht, dass es nur ein paar Laser sind. Ein bisschen... Kommst du mit hoch? Ach so. Ich hab ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja, ja. Schau mal lang. Jetzt bin ich aber wieder auf dem Falschen, ne? Ja. Das ist einfach nur... Bis nach oben. Kann ich nicht da unten? Ja, da. Kommst du. Kann ich hier machen? Das da... Oh, ne. Das musst du machen. Ich muss hier als kleiner Mann in dir rühren. Ich muss hier meine Röhre machen. Kleiner Mann. Und zack! Ah, ne. Da muss ich erst hochwenden. Hä? Ne. Hä? Warte. Ach, keine Batterie. Du musst... ...da so... ...dann durch... ...und jetzt kann das nämlich... Und jetzt? Hä? 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 Hier oben noch? Ich drück mal... Ich drück mal das rein und dann mach... 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 Naja. Es passiert doch nichts. Es wird doch nicht grün. Muss ich erst alle... Verbindungen? Was ist das hier? Was ist denn da? Ah, ich glaub ich muss... Ah, guck mal. Philipp. Jetzt ist alles zusammen. Oder? Ne. Ne, warte mal. Warte. Ne, lass... Geh mal runter wieder. Geh jetzt nochmal rauf. Machst du es nämlich fest. So, dass ich jetzt noch das eine drehe. Und jetzt ist es... Nice. Ich wusste, ich könnte es herausfinden. Äh... Hallo? Es gibt keinen Eindruck in Teamwork. Alles klar, Dr. Hakim. Und jetzt? Ich muss, glaub ich, dann gleich das Ding drücken, wenn ich hier das reingerückt habe. Achso. Ja? Den anderen. Den, den wir gerade frei gemacht haben. Den? Den? Den, ja, ja. Okay. Alles klar? Warum hat der noch auf dem Monitor? Das Kind heute überwacht. Ja. Ja. Seh schon. Overall happiness, oh Gott. Ja. Ja. Wow. Okay, so, uh, this is creepy. No, look. He's tracking her well-being. Yeah, yeah, still super creepy. Hey, what does this do? Her crying. Funny. What? No. That can't be right. I mean, she, she laughs at least a few times every day. We have been arguing a lot recently. Yeah? Okay, but... What about her, uh, her worry, huh? What? No, that can't be right. Nah, nah, I'm sorry. This, this space monkey toy thing, he doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this, this creepy place. Hey, 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 how about, uh, how about maybe we can, uh, beam ourselves back to Rose from here? No, careful! Oh, careful! Oh, careful! Yeah, bonshaw! This doesn't sound like it! This looks like an arena. Oh, no. Ciao. Aber hier muss man nicht schießen. Oh Gott. Und dann? Weglaufen! Wie denn Weglaufen? Uuh! Hä? Hä? Das geht nicht, der hat mich komplett... Au! Au, 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 au. Rennen. Man muss rennen, glaub ich. Ah, hier ist ein Knopf. Der ist voll nicht... Hä? Heheheh. Aber ich kann ja nicht nur die ganze Zeit rennen. Muss ich auch mit drauf? Was muss ich machen? Keine Ahnung. Du musst hier rein, glaube ich. Wie? Ich muss da rein? Ja, renn einfach im Kreis weiter. Du machst das super. Dann bei mir in diese... Da rein. So? Ja. Haben wir ihm Schaden gemacht. Aha. Oh nein. Trüber springen. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott, der schießt da noch. Ja, ich seh's grad. Hilfe. Achtung. Ah, da drüben ist wieder so ein Ding. Ah, ich kann da wieder... Oh, oh, oh. Ah, du musst drauf springen. Hier auf das blaue. Okay. Hey Mae! Help me out here! Ob das da? Ja, einfach drauf stellen. Dann warten, bis hochgefahren ist. Okay, und jetzt stehen bleiben? Ja. Ich muss dann da noch gegenspringen. Aua. Na ja, und jetzt? Ich glaub, jetzt kommt wieder... Laser. Oh. 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 Also ich find's leichter, da entgegen des Dings zu laufen und dann immer zu springen. Ich bin da jetzt grad gestorben mit der Situation. Oh, der hat nochmal geklaut. Was jetzt? Schießt der jetzt auf mich oder wie auf mich? Oh, ich glaub, du musst wieder rennen. Sehr gut. Renn einfach einmal am Kreis. Ich fahr das Ding rum. Okay, das geht noch einige. Oh, du musst... Hä? Das ist voll weit oben. Hä, wie soll ich da hochkommen? Ach, du musst da hochlaufen. Und dann spring. Und jetzt... Ah, ne. Da hast du noch viel. Oh, Gott. Und jetzt? Das war seine erste Phase. Schnell hin. Wohin? Wohin? Ah, ne. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ah, du bist den Laser unten. Ich halt den oben. Der auch bei mir ist. Wollte ich jetzt nicht gegen die Wand kreisen können? Oh, mein Gott. Lauf. Wie soll ich denn rennen? Rennen einfach. Ah. Oh, mein Gott. Ah, ich kann die jetzt aufheben, glaub ich. Und abschießen. Ah. Ich reichte auf der. Und jetzt? Wie kann ich auf der reiten? Du musst weit genug von der wegrennen. Ja, das geht nicht. Oh, ne. Ja, siehste. Hä? Wie hab ich das gemacht? Weiß ich nicht. Ich glaub, man muss zum Schluss hoch springen, wenn die, glaub ich, kommt, oder? Oh, Gott. Das heißt, du spring jetzt einfach auf die drauf? Ne. Ah, du musst vorher einfach so schnell ausweichen. Wenn du jetzt Y drückst, dann... Jetzt? Fliegst du dann so rum und musst zu dem hinfliegen. Zu ihm hin? Ach, Mann. Ich schaff das nicht. Ah. Wo ist das? Ah, man muss, glaub ich, nur weit genug von den Wegrennen laufen. Also... Aua. Äh, ich flieg immer gegen die Wand und dann... Ja, weil die irgendwie immer zur Wand zeigen bei dir. Also... Du musst einfach nur weit genug von den Wegrennen. Das ist so anstrengend, ey. Ah, ja. Das davor war irgendwie entspannter. Say hello to mine. Ah, ich traf wieder mit nochmal getrunken. Ah, jetzt ist es wieder. Boden. Ich hab's dir. Ja. Gegen ihn? Ja. Scheiße. Das war gegen den Boden. Ich so einfach zu steuern, ja. Nein. Ich hab's. Hallo? Ja. Jetzt hat er das... Also nach unten lenken ist mit der Rakete nach oben fliegen. Na scheiße. Ja. Sehr gut. Noch einmal, glaub ich. Oh. Oh. Ich hab's auch falsch. Warum ist halt so... Ja? Ja? Oh. 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 Ja? 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 Nein! Ja! Oh mein Gott. Großer. Hast du ihn erreicht? Ja. Okay, sehr gut. Ich glaub ich muss da reinklettern. Ja. 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 Und ich? Weiß ich nicht. Äh. Oh Gott. Äh. Ich bin jetzt hier irgendwie. Hahaha. Aua. Warte, lass ich sterben. Ich hab's gerade. Ah! Der kommt noch zu mir. Geh weg! Felix, mach was! Meine Gott! Go away! Please! Halt! Oh! 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 Muss ich irgendwas machen? Nee, muss einfach nur weglaufen. Einfach nur überleben. Ich, ich... ich mach das hier drüben. Okay. Oh! Achtung! Ja, ich fahre kurz. Okay. das wird richtig heiß hier unten diese dinge sind wenn der runter kommt deswegen jetzt wird es mal schwierig dass ich hier alles voller dass man hier aus Geh weg! Oh Gott, oh Gott! Ach, Scheiße! Das ist voll gut, dass ich... Nein! Aber voll gut, dass man sich später... Kann ich mir dann deins ergucken? Oh nee, jetzt nochmal komplett. Geh weg, ey. Ich warte schon weiter an vorne, Jackpot. Ja, ja, ich auch. Ja, ich bin aber in dem Jackpot. Ja, ich habe. Okay, sehr gut. Sehr gut. Tschüss. Ach, ich habe den... Ich glaube, ich schieße jetzt. Du schiehst? Ja, und du musst fliegen. Nee, jetzt will ich fliegen! Nein! Oh nein! Oh, jetzt haben wir wieder den Laser her. Okay. Wie flinke ich? Äh... Einfach so. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Hey! Ich sehe ihn nicht, wo ich fliege. Auf dem Radar. Da ist das Radar. Aber ich... Das sehe ich ja nicht. Ja, du kannst auch auf meinen Bildschirm gucken. Ja, ist ja mega scheiße. Ich muss ja gucken, wo ich fliege. Ich glaube, du kannst nur... Kannst nirgendwo reincraschen. Wo bin... Was bin ich denn? Du musst in der Richtung des Pfeils. Also du fliegst halt in die andere. Ah, jetzt ist er links von uns. Jetzt ist er gleich... Äh... Vorüber vor uns. Weiter links, weiter links, weiter links. Ja, die ich dann. Weiter links, 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 links. Sind schon, glaube ich, einige vorbei. Jetzt wieder zurück. Hä? Da zeigt der Pfeil immerhin. Ja, aber... Ich verstehe es nicht. Nee, wie der... Äh, jetzt ist er unter... Hä? Warte, warte. Oh, meine Maus ist so langsam. Da ist er. Ich ziehe es. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nee, ich ziehe ihn nicht mehr. Ja, da lang. I will not fire my mission. Ja, war der gerade aus. Mehr nach... Nee, mehr nach da. Okay. Ich habe ihn gerade auf dem Radar. Da war er nach unten wieder. Nach unten? Na, guck einfach kurz nochmal rüber, wo er ist und dann... Du, ich komme mit deinem komischen Radar da überhaupt nicht klar. Ja, das ist auch ohne Feindsteck. Das ist doch da von uns. Das ist doch vor uns. Schräg vor uns. Warum geht der mal weg? Bleib doch einfach mal stehen. Ich hab's doch gesagt, Fliegel. Das ist nicht mein... Stopp. Stopp. Hä? Ich hab' ihn nicht gesehen. Mach' einfach ohne den, sondern nur hier. Und dann immer in die Richtung des Radars. Und dann immer da... Ich hab' ihn nochmal getroffen. Wie kann ich das, die Darkseid zu verletzen? Wie kann ich das, die Darkseid zu verletzen? 800 BPA. Moombaboon, wie kommen wir zurück zu Rose? Ich kann nicht Sie schrauben sie. Ich bin sie beste Freundin. Hallo, sie hat nicht mit dir gespielt, okay? Sie hat sie monitoriert. Komm schon, paye ich an! Vielleicht können wir Sie wiederholen, um uns zu befreien. Huh? Du denkst so? Ja, ich kann mich mit Rose wiederholen, aber du musst uns wiederholen, um uns zu erholen. Oh ja, das geht noch einen los. Das war Kim, ein gutes Promise. Was? Sweetie! Darling! This might look strange, but it's us! It's Mom and Dad! Rose! We need your help! Look! It's us! What? She can't see us. She can't see us. No. Sweetheart! We need to talk! We need your tears to break the spell. Darling! She can't even feel us. Oh, what are we gonna do? Ah! Ah! Was war's malen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was macht ihr? Oh Gott! Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was seid ihr für Eltern? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wie selbstsüchtig! Ja, das ist schon vorbei. Ja, das ist die, äh... Echt? Ja, so kurz dachte ich so. Nein, das war's jetzt schon. Nee, die müssen ja noch realisieren, dass es so nicht funktioniert. Ja. Das wird doch jetzt so nicht funktionieren. Das ist ja völliger Quatsch, was die machen wollen. Sie haben so viele Toile! Ach, warum muss ich das jetzt so spielen? Ich will das gar nicht so machen. Ja, das ist so viel zu spielen. Oh, sie liebt wirklich diesen Elefen. Eitan, gut. Wir müssen später ein Verwendung kaufen. Ja. Ja, wir haben einen Verwendung. Ja, das ist immer noch eine zweite Stimme. Ich dachte eigentlich, dass sie die Elefanten ausgesucht hat. Und sie hat es. Aber... Lassen Sie hat sie wieder an das gehalten. Ich... Ich weiß nicht warum. Okay, wir müssen es einfach finden. Ja, das ist so ein Aufziehauto. Du ziehst mich gerade auf. Ah. Und dann kannst du mich loslassen. Nee, jetzt ist zur Rampe hin. Nicht gegen jemand. Wo ist die Rampe? Ah, da. Also hinter dir gerade, genau. Hm? Da? Nee. Da. Oh, da. Guck. Jetzt soll das. Das war aber nicht genau gezielt. Ey, der hat eine Farbe gewechselt. Ja. Soll ich dich ziehen? Nee, ich kann dich nur ziehen. Ja, du kannst auch einsteigen. Du musst dann nur da so näher nehmen. So. Naja, jetzt zieh ich dich einfach. Na okay. Oh, wir müssen mal ein bisschen genauer zielen jetzt. Na so jetzt. Nee, ein bisschen. Noch ein bisschen. So? Ja, so. 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 Ja. 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 Ich muss dir schon greifen. Ja. Okay, jetzt musst du fahren. Äh, ja. Du fährst und ich, ich zieh. Oh. Oh. Es war zu doll aufgezogen. Oh. 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 Okay, wir können weiterlegen. Wow, dafür haben wir jetzt Rodeo. Rodeo. Ja. Ganz toll. Ich lieb's. Mal gucken, was wir machen müssen. Bleiben wir jetzt dran ehrlich. Toll. Was bedeutet das jetzt? Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Okay, S. Ich hab's nicht geschafft. Ja, das ist ja super bei mir. Ich kenn mich doch überhaupt nicht. Boom, boom, boom. Scheiße. Mano. War ja voll schlecht. Was ist das jetzt hier? Bist du ein Tipp? Hey. Ah. Okay. Ah. Ach so, ich muss da drauf stehen bleiben. Das hab ich nicht verstanden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. No panic. Warte mal. Hab ich hier irgendwas? Da oben leuchtet irgendwas bei mir, aber das ist nur Licht. Ja. Dann kann ich maximal hier nochmal rüber. Kannst du irgendwo da rüber. Ah, hier. Guck. Ah, da kannst du auf was stehen. Ah, das machen die Fünfe hier weg. Bei mir. Äh. An springen und dann drehen die sich? Ah ne. Ne. Du kannst nicht wieder runter? Und da drüben bei den Knöpfen. Äh, kannst du mal gelb drücken? Gleich. jetzt grün ja das ist prima das muss man teilen das kann immer nur eins gedrückt sein ich gehe aufs grüne aber nicht auf mann geht um so jetzt drei so eins okay jetzt gleich okay so als sehr gut ich habe für dich wieder was ja die musik ist so schön jetzt habe ich die löcher ach so da muss ich auch ja ja Ah, jetzt gibt's wieder eine Unheilung. Ach du heilige Bömbachst. Ist das hier? Kann man unterdrücken? Ja, aber ich... Was bringt das? Das ist schon unterdrücken. Ich glaube wir machen die nur fest, diese Dinger hier. Okay, ich glaube wir müssen noch rüberklettern. Nein! Ist ja... Difficult hier. Sehr gut. Geh du hervor? Oh! Eins, dann zwei, dann drei. Dann eins, dann zwei, dann drei. Eins, zwei, Oh! Scheiße! Zwei! Huch! Ach, ich muss auf eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, drei. Ja, ne, das war zu weit drüben. Ah ja. Die Richtung? Ah ne, du bist bei mir schon drüben. Ich bin bei dir drüben. Ja, okay. Ja, okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Nein. Okay, sag das immer mal, wo du drauf springst. Ja. Zwei. Eins, zwei. Nein! Warte, ich muss dir sagen, wo du drauf springst. Naja, aber das sehe ich ja. Ja, okay. Da musst du halt immer hin. Das ist so schlimm. Was war das denn? Von der Moves hier. Mano. Du musst nur mal abwechseln. Du kriegst dich hin, Rebecca. Nein. Doch. Nein. Wie soll ich denn an die ein? Na, warte doch erstmal ab, bis die sich gedreht haben. Nee, die haben dich ja schon... Nee. Du bist zu hastig. Warte doch, bis die sich gedreht haben. Jetzt lass mich doch springen. Jetzt dreh dich und jetzt spring rauf. Dann noch die zwei. Ja, ich dachte, ich soll jetzt was machen. Nein. Nein. Du darfst... Hier darfst du nicht... Also du musst warten, bis du reinspringen kannst. Boah. Ja. Ist ja gar nicht so einfach. Siehst du, meins ist viel schwerer. Danke. So, jetzt kommen die Tiere. Ja. Die machen Geräusche. Hä? Aber ist jetzt schon... Ah, nee. Nee, nee. Ich muss jetzt hier machen. Oh! Ah, du musst das... Ich muss das... Du musst das... Du musst drauf auf dem Schwein, damit ich jetzt hier rüber kann. Bleib mal drauf. Bleib mal drauf. Muss ich jetzt... Muss ich jetzt... Ich muss sagen, irgendwie... Äh, nö. Jetzt... Hund! Nee, Hund hab ich nicht. Hund hab ich nicht. Du musst auf der linken Bahn bleiben. Okay, Hund... Was hast... Was gibt's? Schwein, Bär... Schwein, Maus, Bär und... Was ist das andere? Kuh hier? Nee, Pferd. Nix. Sorry, du hast schon losgemacht. Achso, jetzt muss ich hier. Auf jeden Fall. Jetzt die Maus. Jetzt muss ich rüber, ne? Ja, tja. Komm's rüber. Hä? Achso. Rp. Nochmal. Immer eins weiter. Oh! Okay, nochmal. Und... Zack. Kann ich da bleiben? Schwein, nein, nein. Schwein. Äh, Bär! Ja, hab ich. Oh, gut. Oh, jetzt fiffst du mich. Frosch, Löwe, Schaf und Hund Frosch, Löwe, Schaf und Hund Es war zu spät Okay, ich sag auch Hund, Hund, Hund Wow, wow Löwe, wow Hör auf Schaf, meh Meh, genau Frosch, Frosch, Frosch Der Löwe Sehr gut Hallo Hey, meine Perspektive ist gerade richtig kackelt Das wird wieder so ein Ding. Ich sehe es schon kommen. Probier es doch erst mal. Ich habe keine Lust mehr. Vielleicht eher guter Rücher. Ich sitze einfach draußen. 4 plus 6, 6, 6, 6, 5 plus 4, 5 plus, nein, ich habe keine 2, 6, ich habe keine 2, 6, 7 plus 5, 9 plus 7. Wann passiert? Gott, jetzt muss ich auch noch Mathe machen, Leute. 3 plus 6. Ist ja auch 2 plus. Ja, können wir auch machen. 2 plus 4. Was jetzt? Memory? Ach Gott. Achso, wird noch gemischt. Ah, okay. Y, Banane. Muss ich jetzt was anderes? Ja, mach mal. Hier. Da war Strawberry und Strawberry. Wo war Strawberry? Ja, da, glaube ich. Ja. Aber Gine war da drü- Die war hier, glaube ich. Okay, okay. Ich bin echt so schlecht an der Marie. Die hatten wir noch nicht. Vielleicht hier? Nein. Die hatten wir schon, da. Ah. Da ist die Kirsche. Und dann ist... Ja. Oh. Oh, nee. Was ist das? Mal nach Zahlen. Oh, ich kann das machen. Du musst das machen. Ach. Ah, ich mache oben unten und du rechts links. Das ist verbringend. Du musst du rüber, ich hoch. Und rüber und ich hoch. Jetzt runter. Ah, ich muss runter. Jetzt rüber und runter. Rüber und... Weiter, weiter rüber. Wie lustig. Acht. Wo ist die neun? Nein. Wo ist die zehn? Da drüben, zwischen den beiden. Jetzt die zehn, die zehn, die zwölf, treizehn. Was nicht? Hä, wie lustig. Sechtern, sieben. Hä? Die Zeit war um. War die Zeit war um? Ja. Wie schnell mussten wir das denn machen? In 50 Sekunden. Ach, ich... Ja, ich... Ich will nochmal runter. Warum? Jetzt läuft die Zeit ja schon. Das ist doch kacke. Aua. Nein. Sie läuft jetzt die ganze Zeit. Ja, lassen wir beide nochmal runterspringen gleichzeitig. Ne, schaut mal nicht. Oder malen was Falsches. Malen was Falsches. Ja. So, jetzt müssen wir beide gleich... Die Zeit wird aber einmal weniger. Siehst du das? Ne, jetzt ist es wieder 50. Los. Los. Ey! Ja, ich war doch noch zu... Nein, aber du bist wieder zu elf gegangen. Ach, sorry. Nein. So, 17. 19, 19. Hä? Nein, wir waren doch schon bei 18. 19. Echt? Ja. Das sieht zwar nicht so aus, aber es war eingekreist kurz. Okay. Jetzt hoch. 25. Jetzt 25. 25. Ja, genau, als ob das die Katze ist. Aber das war süß, so kleine, so kleine Aufgaben. Die Aufgaben von ihr. Jetzt kommt da irgendwas mit den grünen Dingern. Und da ist so eine Maus. Oh, nee. Das sind alles so eine Spiele. Ja. Oh, scheiße. Voll cool. Was ist das, was ich da hinten hab? Was ist da hinten? Ah, komm mal, hier hinten. Okay, dann muss ich nochmal abbrechen vielleicht. Muss ich da rein? Muss einer da rein? Hier kann ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Hä? Ach, da ist eine Cheeseball. Ach, die müssen wir zu ihr führen, damit sie mehr Motivation hat. Ja, siehst du, war ich schon richtig. Ach so. So. Ah. Jetzt müssen wir laufen. Du musst zu mir kommen. Damit es holt. Das Ding ist so, ne? Ja, ich weiß. Okay. Achtung. Halt. Oh, dieses Spiel hab ich früher gehasst. Ja, ich hab das nie gespielt. Nee, das war mir immer zu nervig. Da hab ich auch keine Geduld für. Ich seh das schon. Ja, sehr gut. Jetzt hier rüber. Darüber. Ich bin an der Wand lang. Nach unten. Dann noch nach links. Oh. Und hoch. Okay, sehr gut. Jetzt auch noch ein zweites. Mit viel mehr Löchern. Nein! Wir müssen aber, glaube ich, mal beide in die Mitte und dann so ganz wenig, sodass es nur ganz langsam rollt. Und du wieder? Ja, das ist, glaube ich, einfacher. Und beide jetzt hier so in die Mitte. Dafür laufe ich schon zu viel. Ja, du hast schon zu viel. Ach, du willst du viel? Du willst du viel? Ah, ah, ah. Ah, nein. Ah, scheiße. Oder einer bleibt in der Mitte stehen und nur einer macht das Spiel. Du bist jetzt aber auch in die Mitte. Sonst rollt er direkt weg. Bleib da, bleib da. Nee, du machst zu viel. Wenn du jetzt... Dann rollt er... Und jetzt? Ich muss auf die andere Seite, so. Dass es nicht wegrollt. Ja, ja, stopp. Okay. Hä? Noch nicht ganz drin, glaube ich. Jetzt. Ich glaube, das ist ja so ein Hoppomais. Das ist groß. Das ist groß. Süß. Äh, äh, äh. Hui. Hä? Müssen wir beide gleichzeitig drauf? Wie soll ich das schaffen? Das schaffe ich nicht. Dann warte ich mal und du machst es erstmal. Mal gucken, ob das geht. Aber das hier geht weg, die Brücke da. Das geht nicht. Wir müssen beide gleichzeitig. Oh, nee. Oh, nee. Nein, wir müssen beide gleichzeitig. Und zwei. Und drei. Und vier. Wie soll ich an die vier? Wie soll ich an die vier? Einfach hochspringen. Einfach hochspringen. Du bist lustig. Mann, oh. Kriegen wir hin, komm. Nein. Ich krieg das nicht hin, zu springen und die Kamera zu wechseln. Oh, ich bin nicht. Mann, oh. Warte auf mich. Was bin ich denn jetzt? Ich bin nicht. Mann, oh. Den krieg ich nicht hin. Oh, Mensch. Oh, ne Pause machen. Nein, jetzt mach ich. Ah. Nein. Geh hoch. Oh. Das funktioniert doch nicht. dafür bin ich jetzt habe ich dir viel geschafft wie viele gibt es denn davon vielleicht ja das krieg ich niemals hin jetzt bin ich schon wieder mit dem 2. Felix, ey es tut mir leid wo ist es dich? jeder fängt mal an mit Computerspiele ich kriege die Aggression hier so ein schönes Spiel Mann kannst du mich nicht festhalten? immer schön langsam tipp tipp springst du weiter oder versuch mal nicht die Kamera zu bewegen vielleicht geht das besser ich bewege die Kamera schon gar nicht mehr der bewegt sich automatisch mit ja naja dann muss ja eigentlich nur automatisch komisch das wird wieder eine lange Folge I'm sorry nein nein Lun nein nein ich bin ich bin ich bin das muss sein gut ich bin ich bin ne das ist wenn ich glaube wenn ich weiter wenn ich länger warte dann hast du auch mehr zeit zum springen ja ich glaube ich hätte immer länger warten müssen schwerer bin ich wenn ich einfach schnell machen wenn wir jetzt schnell abbrechen und dann wie sprichst du denn da hoch habe ich jetzt gerade nicht geschnallt ich glaube ich muss noch mal runterkommen wie spring ich denn du musst da zwischen den beiden wänden hin und her ich springe ich denn an den wänden hier lang oh mein gott kommt hier was bleibt mal da jetzt ich probiere jetzt einfach mal ja das wird eine lange folge aber die leute freuen sich darüber lange folgen nee das war zu kurz ich hoffe ich bin so gut nervös Mach einfach A, A, X. Und jetzt? Jetzt da zwischen den beiden Wänden hin und her. Ah, ich fahre mal zu... Ja, mach schön A, 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 A. Nope. Ah, fast. Schaffst du. Los geht's. Warum spring ich immer vor? Weil es das Alt auch schon wieder zurückzieht. Aber das ist doch Kacke. Du musst am besten so nah wie möglich an dieses eine, andere grüne Ding rangehen, damit du genug Platz hast, um dann immer wieder hin und her hochzuspringen. So, ein bisschen Dehnübungen machen. Ja, das Handgesenk ist gerade. Schön bis da ran. Und dann hin und her. So, und jetzt, äh, dann mit RB da rüberschwingen. Kannst du ja erstmal schwingen und dich ausrichten. Da jetzt drauf? Ja. Sehr gut. Muss ich runter? Ja. Okay, es ist Minispiel geschafft. Minispiel. Pull me finger? Pull my finger. Nicht pull me finger. Oh. Da oben ist der Finger. Englisch kann ich. Guck mal, da oben ist der Finger, Felix. Ja, ich, ich sehe den Finger. Ah, hier ist so ein Wupsi. Ah, wir müssen den Wupsi aufpumpen. Ah, ja. Really? What? Park jokes are the best. Ah, du musst, glaube ich, hier rauf. Und ich, äh, pumpe dich hoch. Ah. Da musst du, glaube ich, an den Finger pullen. Also, ich, glaube, mit RB irgendwie dich dranhängen. Ja. Nee. Ich war gerade nicht mit RB. Ah doch. Und jetzt? Äh, jetzt kannst du, glaube ich, wieder runterkommen. Ernsthaft? Ja. Und den anderen, wie ich sie machen. Nee. Ach, was? Ah ja, er muss halt, äh, er muss halt den Finger schnell pullen und dann, der eine kommt runter, muss dann ganz schnell hier oben drauf, auf den anderen. Weil das Ding ist, dreht sich dann halt wieder zurück. Well. Well, well. Nein. Reicht ihr das? Nee. Oh, scheiße. Oh, nee, jetzt schon wieder ganz zurück. Aber du kannst auch länger da oben hängen bleiben, also bis es ganz, ganz drüben ist. Und dann guckst du schon mal hin und dann kannst du dich runterfallen lassen. Ja, jetzt kannst du dich fallen lassen. Und dann... Das andere auch schreien. Okay, ich hab's geschafft. Und jetzt, äh... Oh je, ja. Oh Gott. Jetzt musst du, äh, ne? Am Finger ziehen. Und jetzt musst du, äh, lass mal auf 3, 2, 1 und dann musst du auf das, äh, auf die Platte drauf. Auf welche? Auf die da? Ja. Oh Gott. Okay. Ja, mach einfach los und ich spring dann. Ich glaube, warte, mein Dings dauert nämlich eine Weile. Und jetzt musst du dich da ranhängen. Oh Gott. Du kannst kurz warten, bis es weiter geht. Ja, ja. Sehr gut. Ich würd sagen, das Bällebad, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ja. Wir machen eine kurze Pause. Und dann, ähm, ja, geht's weiter ins Kinderwonderland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.